Ich stelle nur fest, und ich stelle fest, dass hier in Deutschland tausende junger Männer sind aus der Ukraine. Ich spreche die ja immer an und sage, Entschuldigung, wir schicken euch doch jetzt die Waffen. Ich bezahle doch mit meinen Steuern die ganzen Waffen. Wer bedient die denn jetzt bei euch, wo du jetzt hier bist? Die sagen mir offen ins Gesicht, wir haben 50.000 Euro bezahlt und deswegen durften wir raus. Aber ist es doch nachvollziehbar, dass Sie dort nicht an die Waffe wollen, Herr Hane? Ja, natürlich, aber da kann ich doch nicht als Deutschland einerseits die Waffen finanzieren und die da hinschicken und gleichzeitig die, die sie nicht bedienen wollen, auch noch aufnehmen. Entschuldigung, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Ich will ja gar nicht reden, wo das Geld alles landet. Und wer mir alles erzählt, wenn Banker sagen einem das ja, was ist alles in der Karibik, was wird jetzt alles in die Schweiz transferiert, wo wir glauben, wir würden da irgendwelche armen Menschen mit unterstützen. Bingo!